Sie lebt zu meinem Arm, ich kann es nicht entsorgen, es war ihr allerletztes Wort. Sie lebt zu meinem Arm, ich kann es nicht entsorgen, es war ihr allerletztes Wort. Das ist Vicky aus Berlin. Habt ihr das gut gehört? Könnte man das gut hören? Alles klar. Steffel. Wir lachen jetzt, ob ihr Steffel gut hören könnt. Wir lachen jetzt, ob ihr Steffel gut hören könnt. A, höre ich gut. A, höre ich gut. A, ich hau nicht an den Zelanden und den Tonier bei mir. Ich war nicht Zelanden. A, Kax. A, ich hau nicht an den Zelanden. A, ich hau nicht an den Zelanden. Das ist Stenkenau in Berlin und das ist der Prax aus Berlin. Habe ich mich gemacht? Das ist noch gut. Ja? Und hier kommt das Basis an der ganzen Seite. Er sagt, oh! 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 Schrei, 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 schrei Das war schon Schrei, schrei, schrei Oder go, bau, bau How do I never drop another?